Liebe Parteimitglieder, herzlich willkommen zum vierten Newsletter auf BDP-TV. Das Hauptthema heute ganz klar Delegiertenversammlung mit der Parolenfassung und der erste Geburtstag vor BDP. Neben mir Bundesrätin Eveline Wittmer-Schlumpf und der Parteipräsident Hans Grunder. Zuerst natürlich zur Bundesrätin Frau Eveline Wittmer-Schlumpf. Was war der Höhepunkt dieses Jahres? Der Höhepunkt ist natürlich jetzt der erste Geburtstag zu feiern, zurückzuschauen. In der Bilanz haben wir einen ganz guten Weg miteinander gemacht und miteinander sehr viel erreicht. Für euch Herr Grunder? Für mich war ganz eindeutig die Wahl von Martin Landolt im Nationalrat der Höhepunkt, weil wir damit die Fraktionsstärke erreicht haben und dann gab es bei mir einen richtigen Motivationsschub. Wann hat es gerade mal nicht so gefakt? Ja, es gab natürlich verschiedene Phasen, wo man stark unterdürfen musste. Ich denke auch an den Rücktritt von Samuel Schmid, der natürlich sehr bitter war. Aber wir haben immer wieder am gleichen Strick gezogen, zusammen wieder neue Sachen ausgeheckt. Und von daher tut das Positive bei weitem überwiegen. Ich glaube, der Herr Grunder hat es angesprochen. Ich glaube, der Zusammenhalt hilft über vieles hinweg, oder Frau Wittmer-Schlumpf? Ja, und es ist natürlich so. Seit wir eine Fraktion haben, also seit dem Sonntag, als Martin Landolt dazugekommen ist, hat es uns natürlich einen unheimlichen Auftrieb gegeben. Für mich selber ist es ein ganz wichtiges Gefäß, um zu politisieren. Wobei ich natürlich auch vorher mit unseren BDP-Mitgliedern immer wieder zusammen war, um einen Weg zu finden. Aber jetzt haben wir so eine gesicherte, gute Struktur und ein Gefäß, wo wir uns immer wieder treffen und miteinander diskutieren können. Nicht nur dort, sondern auch sonst natürlich, das ist klar. Was ist jetzt das wichtigste Ziel nächstes Jahr? Ja, also die Wahlen, die bevorstehen, dort zeigen, dass wir mit unseren Politik Erfolg haben, dass wir etwas erreichen können miteinander. Und ich gehe auch davon aus, dass wir sowohl im Kanton Bern als auch im Kanton Glarus und auch im Kanton Graubünden Erfolg haben können. Für euch, Herr Gründer? Es ist klar, bei mir ist es ähnlich. Das Jahr 2010 ist sehr wichtig. Dort legen wir den Grundstein für die eidgenössischen Wahlen. Wir haben die glückliche Situation, dass wir Wahlen haben in den drei Gründerkantonen, wo wir schon heute stark sind. Und ich bin überzeugt, dass wir dort Wahlsiege werden können. Wir sehen das jetzt gerade im Kanton Bern, wo auch das erste dran kommt. Wo wir bei kommunalen Wahlen, Wochenende für Wochenende im Moment, als Wahlsieger hervorgehen. Und das stimmt mir zuversichtlich. Aber es ist sehr wichtig. Es ist weiterhin Knochenarbe gefragt. Wir müssen Säckchen hinterlitzen, sonst werden wir das Ziel nicht erreichen. Die Delegierten der BDP Schweiz empfehlen mit 108 Nein zu drei Jahren stimmen bei vier Enthaltungen deutlich die Nein-Parolen für die Minarettverbotsinitiative. Weil das Minarettverbot keinerlei Probleme löst, sondern neu einschafft. Diese Minarett-Initiative steht nicht in Übereinstimmung mit unserer Bundesverfassung und auch nicht in Übereinstimmung mit Konventionen, die wir unterzeichnet haben. So unter anderem die Europäische Menschenrechtskonvention. Sie verletzt die Religionsfreiheit und sie verletzt auch das Diskriminierungsverbot. Eben so deutlich Nein sagen die Delegierten zur Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterialexport. Und mit 108 Ja zu 5 Nein-Stimmen gibt die BDP Schweiz die Ja-Parolen für die Spezialfinanzierung des Luftverkehrs. Die dritte Delegiertenversammlung der BDP Schweiz hat nebst der Diskussion um die eidgenössischen Abstimmungen und die entsprechenden Parolefassungen auch drei politische Anliegen formuliert. Erstens zur Sicherheitspolitik vom VBS-Chef Ueli Moura. Zweitens die Forderung, dass der Bundesrat wieder als einheitliches Führungsgremium auftritt und die Indiskretionen bekämpft. Drittens setzt die BDP den Hebel an, um die Blockadepolitik von ganz links und ganz rechts anzugehen. Und natürlich ist auch gefeiert worden, der erste Geburtstag der BDP Schweiz. Wir sind runter, nehmen Sie meinen Wandel. Madame, Herr Schlupf, Sie dürfen meinen Hut halten. Ohhohohoho. cess In diesem Sinne stehe ich die BPP, wie ihr das wisst, bei Udmann macht. Im Kanton Zürich werden immer mehr Sektionen gegründet. Und was läuft sonst noch bei der BTP Zürich? Wahlvorbereitungen in verschiedenen Gemeinden, wo wir mit gestandenen bestehenden Exekutivmitgliedern wieder im Wahlkampf unter BTP-Logo gehen. Wir werden sehr erfolgreich sein, weil das sind unbestrittene Kandidaten, die auch eine gute Position bringen werden. Die erste Wahlkreispartei wurde im St. Gallischen, also im Toggenburg, im Toni-Brunner-Land. Wie schwierig war das? Es war nicht so schwierig, weil die Sympathie der Leute, das hat man wirklich gemerkt, die lebt bei uns. Man hat es auch bei Standaktionen gemerkt, dass die Leute wirklich uns gerne zuhören, auch uns gerne ihre Meinung sagen. Und das freut einen. Und so merkt man es auch, dass man willkommen ist. Weitere Wahlkreis-Sektionen folgen diese Woche im Saar-Ganser-Land und bis Ende Jahr im Rheital. Die Parteiversammlung der BDP-Kantone Bern hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Grossratswahlen 2010 gehört. 143 Frauen und Männer steigen für die BDP in Wahlkampf. Das BDP-Paar des Jahres heisst Ursula Haller und Reto Vanini. Die Berner Nationalrätin, respektive Thuner Vizestadtpräsidentin und der Adjunkt vom Zürcher Volksschulamt blicken in die gemeinsame Zukunft. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ein Jahr BDP Schweiz. Erinnern Sie sich noch, wie alles angefangen hat? Achtung! Aufgepasst! Sie sehen gleich Szenen einer Politgeschichte. Eine Politgeschichte, die etwas Wesentliches aufzeigt. Es ist nicht so schlimm, dass es nicht auch etwas Gutes mit sich bringt. Das Gute an der Sache ist die Entstehung der BDP, der bürgerlich-demokratischen Partei. Eine demokratische Wahl. Ein demokratischer Entscheid. Doch wo bleibt die demokratische Toleranz in gewissen Kreisen? Die autoritäre Linie der SVP wird offensichtlich und auch von außen spürbar. Eine gefährliche Entwicklung, wenn man nur noch schwarz-weiss sieht. Vielfalt machte bis anhin die Demokratie lebhaft und spannend. Das soll auch in Zukunft so sein. In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl. Ab dem heutigen Tag ist Evelin Wittmer-Schlumpf nicht mehr Mitglied der SVP. Langjährige, verdiente SVP-Politiker sind konsterniert. Der Rauswurf der Bündnis-Sektion sowie die radikale Zürcher Oppositionslinie bringen das fast zum Überlaufen. Gerade der Stil der SVP-Schweiz hat mir jetzt einfach auch ganz und gar nicht mehr gefallen. Der war zu arrogant für meine Begriffe. Er war auch zentralistisch gesteuert und nicht mehr ein demokratischer Aufbau, wie ich das als Demokratie verstehe. Man hat in Bern immer sehr lange den Spagat gemacht. Ich habe immer gesagt, wir sind die besten Kunstturner. Wir machen nicht nur den Spagat, sondern dazu noch den Salto. Und so kann es nicht weitergehen. Irgendjemand, irgendeinem hat man genug. Und der nimmt so in Natur seinen Lauf. Es hat Anfindungen gegeben gegen alte, verdiente Kämpfe der Partei, wenn man sagen würde. Vielleicht gibt es Oli Gadient oder Leon Schlumpf, wo ich mal sage, es war ein unterste Schaubladen. Es tut uns im Herzen eigentlich weh. Es tut einem sehr betrübt und traurig und nachdenklich machen. Aber schaut, wenn man einfach irgendwo im Leben, muss man auch mal Farbe kennen, man muss auch mal Solidarität haben. Viele müssen sich natürlich noch entscheiden. Es sind schwierige Entscheidungen. Das habe ich auch sehr grosses Verständnis dafür. Aber ich bin froh, wissen wir jetzt, in welche Richtung es geht. Als ich der Entscheidung gefehlt habe, muss ich auch sagen, Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Parteikollegen, jetzt halt unter dem Label BDP. Die Solidarität ist gross. Im ganzen Land melden sich Sympathisanten, welche der neuen bürgerlich-demokratischen Partei beitreten möchten. Die Gründung der BDP Schweiz erfolgt am 1. November 2008 in Glarus. Schweizerin oder Schweizer des Jahres 2008 ist Bundesrätin Eveline Wittmer-Schlumpf. Die grosse Sympathiewelle für die mutige und engagierte BDP-Bundesrätin gipfelt in der deutlichen TV-Wahl von Eveline Wittmer-Schlumpf zur Schweizerin des Jahres. Keine Frage, die kleine Schweizer Partei mit ihren zwei Bundesräten ist im Aufwind. Und mit dem Wahlsieg des Glaner Nationalratskandidaten Martin Landold ist die Fraktionsstärke erreicht. Das Glück perfekt. Je grösser der Erfolg der BDP, desto aggressiver die Angriffe der Gegner. Angriffe, die verletzen und selbst den strammsten Soldaten irgendwann krank machen. Er wurde so unter Druck gesetzt, darum begreife ich ihn, dass er zurückgetreten ist. Schade. Also ich betue es eigentlich, weil er war ein guter Bundesrat. Hauptsache Gesundheit, also das geht vor dem Regieren. Es ist wirklich nicht immer einfach. Wir sehen uns auch immer mit Aggressionen konfrontiert. Und dort muss ich einfach sagen, ruhig bleiben. Sich nicht auf heisse Diskussionen einlassen, sondern sachlich argumentieren, warum wir uns abgespalten haben. Und dann auch immer darauf hinweisen, dass es eben auch ein Bedürfnis ist. Respektvolle Politik kommt an. Der Mut, Farbe zu bekennen, wird belohnt. Viele Bürgerinnen und Bürger setzen Vertrauen in die BDP-Leute und ihre Politik. Landesweit verwurzelt sich die BDP in die Breite und in die Tiefe. Die Geschichte der BDP ist ein Phänomen. Erst ein Jahr jung ist die kleine Partei und schon jetzt ist sie nicht mehr wegzudenken von der Schweizer Politlandschaft. Die bürgerliche Partei, die sich nicht in eine politische Ecke drängen lässt, ist begehrt. Und bald ist allen klar. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Liebe Parteimitglieder, das war es auch schon für Schweder. Der nächste Newsletter gibt es Mitte November. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins. Nämlich anzustossen.